Hey Leute, ich bin Ranuri und erzähle ich jetzt mal ein bisschen was über mich. Man nennt mich auch Rami wegen meinem Gamertag-Raminator. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Brandenburg. Vor zwei Jahren habe ich den Spaß am Videoschneider entdeckt. Vielleicht verdiene ich damit sogar später mein Geld. Wer hätte das? Geht auch. Ich bin leidenschaftlicher Gamer, spiele Sachen wie Warthona, Battlefield, Left 4 Dead oder Team Fortress. Manchmal rege ich mich dabei ziemlich auf, was auch zur Belustigung der anderen beitriften kann. Ach stimmt doch! Fuck, 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 fuck! Bei Events wie der Games komme ich natürlich dabei und zeige euch auch, was da so abgeht oder wenn ich draußen irgendwas anderes erlebe. Die Leute, die mich jetzt angerfen, sind mir doch... Vielleicht erwarten euch in diesem Kanal sogar auch Faktenvideos. Aber was euch auch begegnen wird hier, sind Unboxings. Ich liebe Verpackungen. Nein, ich bin zu Ausrüsten. Facebook, Twitter, Instagram ist natürlich alles in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen oder mir schreiben. Und dann freue ich mich auf ein schönes Jahr 2015 mit euch hier auf YouTube. Haut rein! Oh, extreme fever! Und ich bin rot und er ist auch rot und er ist mein Team. Gut. Ich glaube, ich spinne. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo das da ist. Vielleicht nur jemand, der wird an der Filmstelle sein, wie letztes Jahr. Ich weiß auch nicht, wo sie letztes Jahr war. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Ich habe ein Bild! Diesmal mit einem Was-Wilts-Tun! Alter, guckt euch diesen Skill an, Alter! Hat hier, äh, ist schwarz. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade gesagt habe.